Hey meine Lieben, hier ist Simeon und herzlich willkommen zu einem neuen Theorie Tutorial zum Thema Top Change. Top Change ist so eine tolle Technik. Ich habe mal ein Video gemacht, in dem ich über Grundgriffe gesprochen habe, die für gute Kartenmagie extrem wichtig sind und da habe ich es bereits gesagt. Ein Kartenkünstler, der es ernst meint, muss einen Top Change lernen. Man kann damit so tolle magische Effekte erzeugen. Unverzichtbar. Top Change ist für mich unverzichtbar. In diesem Video werde ich euch zwei Tipps geben, die euch helfen werden, euren Top Change zu verbessern. Aber das werden wieder Sachen sein, die ihr nutzen könnt, um auch andere Techniken und Griffe zu verbessern. Also wieder Sachen, die universell sind. Die Technik an sich werde ich euch nicht erklären. Wenn ihr die Technik lernen wollt, dann lest bitte die große Kartenschule Teil 2. Oder es gibt auch einen ganz tollen Download von David Williamson. Beides werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Beides sind ganz tolle Quellen. Letztendlich tut euch selbst einen Gefallen und lernt die Technik richtig. Lernt sie nicht auf YouTube. Dafür ist dieser Griff viel zu wichtig, um das mal irgendwie zu lernen, das irgendwie zu machen. Hier geht es nicht um die Technik. Ihr wisst, worum es bei meinen Theorie-Tutorials geht. Es geht um theoretische Konstrukte, die uns helfen werden, dafür zu sorgen, dass mechanische Handlungen magische Effekte erzeugen. In dem Sinne fangen wir jetzt an. Wir reden zunächst ganz allgemein darüber, was den Top Change so effektiv und so stark macht. Und wie wir das meiste aus dieser Technik rausholen können. Und los! Okay Leute, jetzt wird es ein bisschen trocken, ein bisschen theoretisch. Aber das sind die Sachen, die mich in erster Linie beschäftigen, wenn ich über Techniken nachdenke. Wie gesagt, ein bisschen trocken. Wenn das nichts für euch ist, dann springt ihr einfach nur zum nächsten Kapitel. Da geht es an die praktischeren Ratschläge. Aber das ist erstmal aus meiner Sicht ganz wichtig. Beim Top Change und bei Techniken ganz allgemein, denken wir oft darüber nach, wie wir eine Technik so ausführen können, dass man sie nicht sieht. Und das ist etwas, womit ich mich selber sehr lange beschäftigt habe. Und das ist auch wichtig und das ist völlig in Ordnung. Im Moment denke ich aber am allermeisten darüber nach, wie man eine Technik so ausführen kann, dass unsere Zuschauer sie nicht fühlen. Dabei hilft mir eine Theorie von Darwin Ortiz. In Design in Miracles redet er von der inneren und von der äußeren Realität von Techniken. Zum Beispiel beim Forcieren einer Karte ist die innere Realität, dass wir irgendeine Technik machen müssen, damit unser Zuschauer eine forcierte Karte nimmt. Und die äußere Realität ist aber oder die soll sein, unser Zuschauer wählt ganz frei irgendeine Karte aus dem Spiel. Und jede Technik in der Kartenmagie hat eine innere und eine äußere Realität. Und die äußere Realität ist natürlich wichtig, weil das ist das, was unsere Zuschauer wahrnehmen, die sozusagen übergeordnet. Wir als Zauberkünstler konzentrieren uns aber oft zu sehr auf die innere Realität von Techniken. Was letztendlich dazu führen kann, dass unsere Techniken auf intellektueller Ebene täuschend sein werden, aber nicht auf emotionaler Ebene. So ist zum Beispiel eine Slipkart-Force täuschend auf intellektueller Ebene. Wenn alles gut gemacht ist, werden unsere Zuschauer nicht denken, dass wir ihnen eine Karte aufgezwungen haben. Aber fühlt sich das an wie eine völlig freie Wahl, werden unsere Zuschauer das Gefühl haben, dass sie wirklich irgendeine Karte aus dem Spiel hätten nehmen können. Nun, ich glaube nur bedingt, dieses Gefühl wäre sehr viel stärker bei einer klassischen Force. Was hat das nun mit dem Top Change zu tun? Nun alles. Die innere Realität von einem Top Change ist nämlich ziemlich offen. Und das ist auch der Grund, warum viele Zauberkünstler diese Technik nicht nutzen wollen oder sich davor scheuen. Die innere Realität ist, wir tauschen eine Karte aus und unsere Zuschauer sollen es nicht sehen. Die äußere Realität ist aber ziemlich geil. Wir haben eine Karte in unserer Hand, in ihrer Hand auf dem Tisch und dann plötzlich ohne Manipulation verwandelt sie sich. Und gefühlt ist das Kartenspiel noch nicht einmal in der Nähe. Und das ist super magisch. Es ist sehr, sehr viel schwerer, denselben emotionalen Effekt mit einem Double Lift oder einem Second Deal zu erreichen. Da muss viel mehr gemacht werden am Spiel, damit sich die Karte verwandeln kann. Das ist die Stärke von einem Top Change. Und damit unsere Zuschauer das Gefühl haben, dass wirklich nichts passiert ist, dafür könnten wir folgendes tun. Ich denke, wir brauchen nicht darüber zu sprechen, dass ein Top Change nur ausgeführt wird, wenn unsere Zuschauer uns nicht auf die Hände schauen. Die Ablenkung bzw. die Lenkung der Aufmerksamkeit ist die absolute Grundvoraussetzung. Und ich habe sogar ein Video zu diesem Thema gemacht und ihr findet dieses Video in der Infobox. Ein Top Change wird ausgeführt, wenn unsere Zuschauer entweder gar nicht hinsehen, zum Beispiel wenn sie reagieren, oder sie schauen uns ins Gesicht. Den Rest von unserem Körper sehen sie nur peripher. Das heißt, das verrät den Top Change, wenn der Performer sich plötzlich zu schnell oder zu viel bewegt. Und das verrät die Technik am allermeisten, wenn man sich sonst nicht so bewegt. Das sieht dann immer so aus, als ob man plötzlich und unerwartet einen Stromschlag bekommen hat. Es ist nämlich so, dass jeder von uns beim Reden, beim Kommunizieren und dementsprechend auch beim Zaubern eine gewisse Baseline hat. So eine Baseline, eine Energie. Und jeder Ausschlag nach oben unserer Zuschauer werden das fühlen. Sie werden vielleicht nicht denken, dass wir damit eine Technik kaschieren. Aber sie werden auch nicht im Nahhinein sagen können, dass wir nichts gemacht haben. Die werden fühlen, dass irgendwas passiert ist. Unser Ziel ist aber, sie zu uns sagen, da war nichts, du hast nichts gemacht. Da wollen wir immer hin. Wir sollten also versuchen, beim Zauber zu bestimmen, was unsere Baseline ist. Und dann beim Performen sollte man idealerweise nicht drüber gehen. Die sehen uns einfach nur in die Augen. Und dann sehen sie keine Zugungen in den Schultern, keine großen Bewegungen, keine Körperdrehungen, die zu groß, zu viel sind. Und dadurch werden sie das Gefühl haben, dass nichts passiert. Dass wir einfach mit ihnen reden, kommunizieren. Und dann ist eben ein magischer Effekt eingetreten, ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Ich weiß, das ist keine große Erkenntnis. Aber ich habe es zum ersten Mal realisiert, nachdem ich Chris Power gesehen habe, wie er zaubert. Ich lasse euch in der Videobeschreibung einen Link zu seiner Lecture. Und dort werdet ihr es selbst sehen können. Er macht alles so langsam, in Zeitlupe fast. Und die Zuschauer fühlen gar nichts. Und das ist wie echte Magie. Richtig toll. Seit ich darauf achte, sehe ich, wie viele Zauberer sich ganz normal, elegant und schön bewegen. Und dann machen sie einen Top Change. Und plötzlich geht ein Stromschlag, wie ich schon sagte, ein Stromschlag durch den ganzen Körper. Und das ist super verräterisch. Ich denke, man sollte wirklich darauf achten. Nicht nur beim Top Change, bei allen anderen Techniken. In dem Buch von Henning Nerms, Magic and Showmanship, redet er darüber, dass wir als Zauberkünstler es vermeiden sollten, unsere Arme zu überkreuzen beim Zaubern. Und wir sollten es auch vermeiden, uns zu sehr zur Seite zu drehen. Weil das unsere Kommunikation zum Publikum hindert. Das ist etwas, was man einfach mal im Theater nicht macht. Das ist keine gute Körpersprache. Das sieht dann sofort so aus, als ob man irgendwas verheimlichen, verstecken will. Das macht man aber sehr oft beim Top Change. Man dreht sich zum Beispiel als Rechtshänder nach rechts und dann überkreuzt man die Hände. Man macht eine Gäste mit der linken Hand, um die Bewegung, die man machen muss beim Top Change, zu verstecken. Und das machen sehr viele. Und ich habe es selber sehr lange gemacht. Und man macht das, weil das natürlich funktioniert. Wenn die Zuschauer weder die Karte noch das Spiel sehen können, dann können sie auch den Austausch nicht sehen. Aber das schreit einfach nur danach, dass man irgendwas verbirgt. Und das ist, wie ich schon sagte, keine gute Art und Weise, mit dem Publikum zu kommunizieren. In meinem Kurs, den ich neulich veröffentlicht habe, Link ist in der Videobeschreibung, rede ich viel mehr im Detail darüber, warum diese Choreografie von mir nur dann benutzt wird, wenn ich es wirklich nicht geschafft habe, meine Zuschauer abzulenken. Wenn ich also merke, dass aus welchen Gründen auch immer sie mir immer noch auf die Hände schauen, nur dann würde ich auf diese Choreografie zurückgreifen. Aber ansonsten würde ich es immer versuchen, den Top Change viel offener und viel freier zu machen. Da gibt es einfach nur bessere Choreografien, die dieses magische Gefühl erzeugen können. Und selbst wenn man diese Choreografie nutzt, selbst dann kann man sie verbessern, indem man sich nur für eine Millisekunde zur Seite dreht, nur für eine Millisekunde die Hände überkreuzt und dann aber sofort seinen Körper aufmacht. Man macht also keine Geste zur Seite, was alles sperren würde, diese ganze Energie sperren würde, sondern man macht den Körper sofort auf, damit die Energie wieder zu unseren Zuschauern fließen kann. Und das fühlt sich wieder viel besser an, weil man nur ganz kurz in dieser ungünstigen Position war. Das ist etwas, was ihr bei ganz vielen Techniken bedenken soll. Es gibt andere Griffe, wie zum Beispiel den Side-Steel, die einfach nur besser aussehen, wenn man sie zur Seite macht. Aber selbst dann könnte man darauf achten, dass man nur für eine Millisekunde oder nur für eine Sekunde in dieser Position ist und dann sich sofort wieder zu seinem Publikum öffnet, damit die Energie fließen kann, damit das Ganze weniger verdächtig aussieht und damit unsere Zuschauer erneut dieses Gefühl haben, dass wir nichts verstecken, nichts verheimlichen, da wollen wir hin. So, das waren nur zwei Tipps, aber das sind für mich die Dinge, die für einen guten Top-Change am allerwichtigsten sind und das sind die Dinge, über die ich am meisten nachdenke und das sind auch die Dinge, bei denen ich die meisten Fortschritte sehe, wenn ich sie dann in der Performance wirklich anwende. Ihr habt das Gefühl, das war heute sehr theoretisch. Schreibt mir also bitte in die Kommentare, ob es euch trotzdem gefallen hat. Top-Change ist nun mal so eine Sache, über die man sehr viel theoretisieren kann. Ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. Letztendlich muss man die Technik einfach machen in der echten Welt, vor echten Menschen und fühlen, wie toll sie ist, wie magisch sie ist. Ich hoffe, ihr werdet das machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Das war euer Simeon. Tschüss. ... ...